Am 10. Mai 1940 endete der Sitzkrieg an der Westfront. Deutsche Truppen überschritten die Grenzen zu den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Innerhalb von sechs Wochen gelang ihnen, was den kaiserlichen Streitkräften in vier Jahren nicht gelungen war, Frankreich zu besiegen und zu besetzen. Dann werfen wir heute, 80 Jahre danach, einen Blick auf die erste Phase des Westfeldzuges, Fallgelb, und versuchen wir zu verstehen, wie der Wehrmacht dieser Sieg gelang. Während des Polenfeldzuges, siehe auch Episode 101, hatten die Westmächte nur eine symbolische Offensive gegen Deutschland gestartet und danach im Sitzkrieg verharrt, siehe auch Episode 102. Man könnte auch sagen, es geschah überhaupt nichts am Boden, während in der Luft und auf dem Meer bereits Krieg herrschte. Nach dem Polenfeldzug verlegte die Wehrmacht starke Kräfte nach Westdeutschland und begann mit der Planung einer Offensive gegen Frankreich. Im April 1940 erfolgte jedoch zunächst die Kampagne gegen Dänemark und Norwegen, Unternehmen Weserübung, siehe auch Episode 133. Die Nordkampagne band kurzfristig deutsche wie alliierte Truppen. Als der Westfeldzug am 10. Mai 1940 begann, liefen die Kämpfe im Norden Norwegens noch. Wie hatten sich die Alliierten vorbereitet? Die Strategie wurde von den Franzosen bestimmt. Aufgrund der Erfahrungen des Ersten Weltkrieges wurde eine defensive Ausrichtung gewählt. An der deutsch-französischen Grenze hatten die Franzosen eine starke Befestigungsanlage, die Maginot-Linie, errichtet. Der Plan war es, deutsche Streitkräfte dort zu stoppen und auf unbestimmte Zeit in einen Stellungskrieg zu verwickeln. Sollten die Deutschen diese Linie umgehen und zum Beispiel durch Belgien vorrücken, wie ja auch im Ersten Weltkrieg geschehen, sollten französische Streitkräfte zusammen mit britischen und belgischen die Deutschen an der sogenannten Dial-Breda-Stellung in Belgien stoppen. Vor 1941 planten die Franzosen keine Offensive. Es ist wichtig hierbei zu verstehen, dass man damals trotz des Polenfeldzuges immer noch glaubte, dass moderner Krieg wie der Erste Weltkrieg an der Westfront aussehen würde. Stellungskrieg, kaum Bewegung und lange Abnutzungsschlachten. Nach dem Ersten Weltkrieg galt die französische Armee zudem als die stärkste der Welt. Die zahlreichen Witze über sich rasch zurückziehende Franzosen oder der Mangel an französischen Militärerfolgen in der Gestichte hätten damals niemanden zum Lachen gebracht. Man war sich in Frankreich sicher, dass die Deutschen in Polen einen zweitklassigen Gegner geschlagen hatten und dass sich ein derart rasanter Sieg in Frankreich nicht wiederholen würde. Selbst Hitler plante mit einer längeren Kampagne. Großbritannien entsandte das British Expeditionary Corps zum Festland, um Frankreich wie im Ersten Weltkrieg zu unterstützen. Belgien wollte seine Armee hauptsächlich an den Grenzen einsetzen bzw. zur Dial-Breda-Stellung zurückziehen und dort den Angriff der Deutschen stoppen. Die Niederlande hofften darauf, wie im Ersten Weltkrieg neutral zu bleiben. Die holländische Armee war relativ klein, schwach und von geringem Ausbildungsstand. Noch hoffnungsloser war die Situation Luxemburgs. Nicht mal 500 Mann standen dem kleinen Land zur Verfügung. Bestenfalls eine Verlangsamung der Deutschen war denkbar. Hitler hatte ursprünglich direkt nach dem Polenfeldzug den Westfeldzug starten wollen. Die Wehrmachtsführung sah dies jedoch äußerst kritisch und versuchte alles, um ihn davon abzuhalten. Immerhin hatte die Wehrmacht hohe materielle Verluste in Polen erlitten und benötigte Zeit, um diese auszugleichen. Hitler blieb jedoch dabei, möglichst schnell anzugreifen. Der Angriffstermin wurde aus unterschiedlichsten Gründen jedoch immer wieder verschoben. Der ursprüngliche Plan der Wehrmacht sah eine Art modernisierte Variante des Schliefenplans aus dem Ersten Weltkrieg vor. Demnach würden die Deutschen durch Belgien marschieren, die alliierten Streitkräfte frontal angreifen und versuchen, sie bis nach Nordfrankreich hinein zurückzudrängen. Ein Gegenkonzept von den Generälen Mannstein und Guderian, welches einen Durchbruch mit starken Panzertruppen durch die Adennen vorsah, wurde von Generalstabschef Halder abgelehnt. Halder glaubte, dass Panzerangriffe dieser Art gegen eine erstklassige Armee wie die französische unmöglich waren. Wichtig zu wissen ist, dass ursprünglich nur die Besetzung der Benelux-Länder und Nordfrankreichs geplant war. Man ging davon aus, dass mit Erreichen der Somme die Offensivkraft der Wehrmacht erschöpft wäre und eine Pause von bis zu ein bis zwei Jahren nötig wäre, um neue Kräfte für einen zweiten entscheidenden Schlag gegen Frankreich zu entwickeln. Auch Hitler ging also anfangs von einem lange andauernden Krieg aus. Für diese erste Phase wurden eigene Opfer in Höhe von einer halben Million Mann befürchtet. Am 10. Januar 1940 kam es jedoch zum sogenannten Mechelen-Zwischenfall. Luftwaffenoffizier Major Helmut Rheinberger flog nach Köln in einer Messerschmitt Bf 108 anstatt mit dem Zug zu fahren, obwohl er sich im Besitz des Angriffsplanes befand und laut Luftwaffenchef Göring solches Material nie auf dem Luftweg transportiert werden durfte. Aufgrund schlechten Wetters verflog sich die Bf 108 und machte eine Notlandung in Belgien. Rheinberger und dem Piloten gelang es nicht mehr, die Dokumente zu vernichten und auch am gleichen Abend lagen sie auf dem Tisch des belgischen Generalstabes, der sie sofort an die Verbündeten weiterleitete. Interessanterweise hielt man die Pläne dort allerdings für eine Fälschung, um Verwirrung zu stiften. Die Wehrmacht sah sich gezwungen, einen neuen Plan auszuarbeiten und nun wurde der Mannstein-Guderian-Plan, der später Sichelschnittplan genannt wurde, ausgepackt und auf Druck Hitlers umgesetzt. Hitler erkannte das Potenzial eines gewaltigen Sieges in Mannsteins Plan und setzte sich daher über die Bedenken des eher konservativ denkenden Generalstabschefs Hall dahin weg. Vereinfacht ausgedrückt sah dieser Plan Folgendes vor. Die Wehrmacht würde analog des alten Planes zunächst in den Niederlanden und Belgien vorrücken und damit den Großteil der alliierten Streitkräfte nach Belgien locken. Die Panzerstreitkräfte würden durch die Ardennen vorstoßen, bei Sedan die schwächste Position der alliierten Verteidigungslinie durchbrechen, zum Ärmelkanal vorstoßen und damit die alliierten Armeen großräumig in Belgien einkesseln und von Frankreich abschneiden. Im Prinzip eine Variante des Planes, den Hitler Ende 1944 nochmal auspackte. Ein Panzerangriff durch die Ardennen war riskant, da das Gelände für Panzer ungeeignet schien. Außerdem hatten die Franzosen hier viele Möglichkeiten, durch Flankenangriffe den Nachschub für diese Einheiten abzuschneiden und sie einzukesseln. Andererseits war gerade aufgrund des ungeeigneten Terrens so gut wie sicher, dass die Alliierten so eine Vorgehensweise nicht erwarten würden. Tatsächlich gab es sogar Warnungen vom belgischen Geheimdienst und anderen Quellen, dass die deutschen Panzertruppen vor den Ardennen konzentrierten, aber die Franzosen ignorierten diese Meldungen, da ein Angriff mit Panzern durch die Ardennen ihrer Meinung nach unmöglich war. Trotz aller Bedenken, die vor allem aus dem deutschen Offizierskorps kamen, wurde der Plan schließlich akzeptiert und vorbereitet. Die Kampagne in Dänemark und Norwegen hatte kurz vor Beginn des Westfeldzuges Auswirkungen auf die beiden größten Westalliierten Frankreich und Großbritannien. In beiden Ländern löste die erfolgreiche Kampagne der deutschen Vertrauenskrisen aus. Am Ende gab es neue Regierungschefs, Ministerpräsident Paul Renault in Frankreich und Premierminister Winston Churchill in Großbritannien. Wie sah das zahlenmäßige Verhältnis der Streitkräfte aus? Man könnte aufgrund des schnellen deutschen Sieges annehmen, dass die deutschen Streitkräfte zahlenmäßig weit überlegen waren oder zumindest deutliche Vorteile im Bereich der Luftwaffe und der Panzer hatten. Dies ist aber nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil. Selbst wenn man die Deutschen und die erst sehr spät in die Kampagne eingreifenden Italiener zusammenrechnet, hatten die Westalliierten mehr Artillerie, mehr Panzer, mehr Flugzeuge und vor allem mehr Lastwagen zur Verfügung. Einzig die Gesamtzahl der Soldaten war bei den Deutschen etwas höher, rund 3,3 Millionen gegen rund 2,8 Millionen. Ansonsten hatten die Westalliierten Vorteile. Fast 14.000 Geschütze gegen nur 7.400, fast 3.400 Panzer gegen 2.450 und rund 4.500 Flugzeuge gegen rund 3.500, wobei hier die Zahlen teilweise etwas variieren. Zudem war die Motorisierung der deutschen Armee geringer als die der französischen. Es standen nur 120.000 Fahrzeuge im Vergleich zu 300.000 zur Verfügung. War die Qualität der Panzer entscheidend? Auch hier lautet die Antwort Nein. Die Franzosen hatten mit den Kampfpanzern Char B-1 und Somur S-35 recht gute und starke panzerte Kampfpanzer. Der Großteil der deutschen Panzerwaffe war mit Panzer 1 und 2 ausgestattet. Gegen die starke panzerten Somur S-35 und Char B-1 der Franzosen sowie den Mathilda Mark II der Briten konnten diese Fahrzeuge nicht viel ausrichten und sie selbst waren für die Hauptwaffen der Alliiertenpanzer leichte Beute. Anstatt der harten Daten sind es die weichen Faktoren, die entscheidend waren. Die französischen und britischen Panzer waren langsame, schwergepanzerte Ungetüme, die das Tempo von Infanterieverbänden kaum überschritten. Sie waren daher für langsame Stellungskriege, aber nicht für schnelle Bewegungskriege geeignet. Zudem hatten die Franzosen oft Einmanntürme in ihren Panzern. Das heißt, der Kommandant war auch Richt- und Ladeschütze und konnte daher leicht die Übersicht im Gefecht verlieren. Zudem war es noch längst nicht so, dass alle Panzer mit Funkgeräten ausgestattet waren, womit die Kommunikation im Gefecht schwierig bis unmöglich war. Ebenso hatten die Franzosen gute Panzerabwehrkanonen, die jedoch sehr unbeweglich waren. Ebenfalls geeignet für Stellungskrieg, aber nicht für Bewegungskrieg. Zudem setzten die Franzosen Panzer ausschließlich zur Infanterieunterstützung, nicht aber eigenständig ein. Die Luftabwehr des Heeres war außerdem überraschend schwach. Im Gegensatz dazu hatte das deutsche Heer seit den Zeiten der Reichswehr immer auf schnelle bewegliche Operationen gesetzt und diesen in Operationen im Spanischen Bürgerkrieg und Polen erproben und einstudieren können. Zudem war der Kampf mit verbundenen Waffen, d.h. die Koordinierung zwischen Truppenteilen wie Infanterie, Panzer, Artillerie und Luftwaffe, deutlich besser als bei den Alliierten, nicht zuletzt weil Funkgeräte mittlerweile Standard waren. Anstatt mit schwer gepanzerten Fahrzeugen Durchbrüche zu erzwingen, organisierten sich die Deutschen lieber schnell Unterstützung durch Artillerie und Luftwaffe, weswegen die schwache Panzerung der eigenen Panzerfahrzeuge weniger eine Rolle spielte. Man setzte auf Beweglichkeit und Überraschung. Auch wenn in Propagandafilmen häufiger die schwereren Panzertypen 3 und 4 gezeigt wurden, so waren diese doch wesentlich weniger präsent auf dem Schlachtfeld. Rund 1500 Panzer 1 und 2 standen keine 700 Panzer 3 und 4 gegenüber. Dazu kam, dass diese Panzer 4 noch die kurze 75mm Hobbitze einsetzten, die gegen gepanzerte Fahrzeuge nahezu wirkungslos war und der Panzer 3 nur eine 37mm Kanone besaß, die die schwersten Alliierten Panzerfahrzeuge nur bedingt beschädigen konnte. Die Alliierten Luftstreitkräfte waren zahlenmäßig gut aufgestellt. Die Franzosen alleine besaßen rund 1500 Flugzeuge an der Front. Allerdings hätten es weitaus mehr sein können. Nach dem Krieg fand man im unbesetzten Frankreich über 2000 Flugzeuge vor, die nicht eingesetzt worden waren. Diese überraschende Entdeckung erklärte man sich durch die schlechte Mobilmachung der Luftstreitkräfte, die sich auf einen langen Krieg analog des Ersten Weltkrieges vorbereitet hatte und den Mangel an Ersatzteilen, der einen Großteil dieser Flugzeuge einsatzunfähig machte. Im Kampfeinsatz erwies sich zudem die Koordinierung zwischen Luft- und Landstreitkräften als sehr schlecht, was eventuell das fehlende Verständnis der Franzosen für mehr Luftverteidigung erklären könnte. Das Kommunikationssystem der französischen Luftstreitkräfte erwies sich als langsam und die Radarvorwarnung als unausgereift und daher wenig nützlich. Technisch gesehen waren die französischen Flugzeuge jedoch gut und eigentlich den Deutschen einigermaßen gleichwertig, wie zum Beispiel das Jagdflugzeug Devoitain D520. Die Briten entsandten 456 Flugzeuge nach Frankreich. Mehr als die Hälfte waren Jagdflugzeuge, allerdings bestand ein Teil davon aus veralteten Gloucester Gladiator-Doppeldeckern. Spitfires wurden erst über Dünenkirchen eingesetzt. Die Hauptlast der Kämpfe trugen die Hawker Hurricanes. Die Benelux-Länder konnten zwar einige moderne Flugzeuge vorweisen, allerdings waren sie zahlenmäßig dem Deutschen weit unterlegen und die Piloten hatten zudem im Gegensatz zu den Deutschen keinerlei Kampferfahrung. Die deutsche Luftwaffe war damals eine der besten der Welt, möglicherweise sogar die beste. Die Flieger hatten seit 1936 in mehreren Kampagnen Kampferfahrung gesammelt. Ihre Taktiken waren modern und kampferprobt. Die Flugzeuge gehörten zu den besten der Welt. Das Jagdflugzeug Me 109E gehörte zur Weltspitze. Der Zerstörer Me 110 konnte sich problemlos mit feindlichen Bombern und Unterstützungsflugzeugen messen. Im Nahkampf wurde das Heer mit Schlachtflugzeugen vom Typ Henschel HS 123 und im Stuka Ju 87 unterstützt. Als mittlere Bomber dienten die Heinkel He 111, die Dornier Do 17 und die Junkers Ju 88, die ebenfalls zu ihren Weltbesten gehörten. Schnelle Logistik lieferte die bewährte Junkers Ju 52. Die Luftabwehr konnte zudem mit der 8,8 cm Flak eine Multifunktionswaffe aufbieten, die sie speziell in Frankreich auch in der Panzerabwehrrolle bewähren sollte und damit den Vorteil der schwereren Panzerung bei den alliierten Panzern aufwog. Die Luftstreitkräfte wurden während der Kampagne taktisch eingesetzt, das heißt zur Unterstützung der Kämpfe am Boden. Strategisches Bombardement zur Bekämpfung industrieller Ziele im Hinterland fand so gut wie nicht statt und spielte am Ende auch keine Rolle. Während die deutschen Streitkräfte also für einen schnellen, beweglichen und koordinierten Krieg vorbereitet waren, waren die alliierten Streitkräfte vor allem die französischen geistig und materiell noch im Ersten Weltkrieg und für einen langsamen, starren Stellungskrieg gerüstet. Ausbildung, Ausstattung und Technik waren für diesen Zweck gedacht und optimiert. Zudem wurde durch die Auftragstaktik in der deutschen Armee die Eigeninitiative der lokalen Befehlshaber gefordert und gefördert, während bei den Franzosen eher der Befehl von oben abgewartet wurde. Unter den Bedingungen eines raschen Bewegungskrieges musste die alliierte Kriegsmaschinerie also zerbrechen. Wenige Stunden vor Beginn des Feldzuges wurde den belgischen und niederländischen Botschaftern in Deutschland eine Note überreicht, nachdem diese beiden Länder einseitig Deutschlands Kriegsgegner bevorzugt hätten und das Reich daher gezwungen wäre, die Neutralität dieser Länder mit allen Machtmitteln wiederherzustellen. Luxemburg wurde mitgeteilt, dass das Reich sich gezwungen sähe, die militärischen Operationen auch auf Luxemburg auszudehnen. Hitler verlegte sein Hauptquartier in die Eifel ins sogenannte Felsennest und koordinierte den Krieg relativ frontnah. Um 5.35 Uhr am 10. Mai 1940 eröffnete die Wehrmacht die Kampagne. Innerhalb weniger Tage wurde die absolute Luftherrschaft im Benelux-Raum erreicht. Großräumig wurden in den Niederlanden und Belgien Fallschirmjäger und Luftlandetruppen in Gleitern eingesetzt, um wichtige Brücken und Flugplätze zu erobern. Unter anderem gelang am 11. Mai die Einnahme des als sehr stark eingeschätzten belgischen Forts eben Emael bei Lüttich. Nicht alle Luftlande-Operationen waren erfolgreich und es gab durchaus Verluste. Bereits am ersten Tag des Feldzuges waren die Niederlande vom Rest der Alliierten abgeschnitten und großräumig eingekesselt. Die Franzosen versuchten daher gar nicht mehr zu den Niederländern durchzubrechen. Luxemburg wurde nahezu kampflos besetzt. Die Kämpfe in den Niederlanden waren besonders in Rotterdam schwer, wo mit den Marinekommandoeinheiten die besten niederländischen Verbände standen. An anderen Stellen brachen die Deutschen jedoch durch und konnten die Verteidigungslinien der Holländer überrennen. Die Verhandlungen um die Übergabe Rotterdams verliefen schleppend, weswegen ein Luftangriff befohlen wurde. Kurz vor dem Luftschlag kapitulierten die Holländer, doch es war zu spät, um die Bomber zurückzurufen. 57 Bomber trafen die Innenstadt von Rotterdam. Die Altstadt wurde zerstört, über 800 Zivilisten starben. Aufgrund der hoffnungslosen Gesamtlage und der Drohung, dass sich dieses Szenario in anderen heftig verteidigten Städten wiederholen würde, kapitulierten die Holländer am 14. Mai um 20.30 Uhr abends. Die Holländer hatten über 2000 gefallene Soldaten, 2500 tote Zivilisten und 7000 Verwundete zu beklagen. Die Königsfamilie floh nach Großbritannien ins Exil. Der hier im Exil lebende ehemalige Kaiser Wilhelm II. wurde von deutschen Truppen auf seinem Anwesen in Dorn umstellt und von der Außenwelt isoliert. Die Alliierten erwarteten den Hauptschlag der Deutschen durch Belgien, weswegen plangemäß die britisch-französischen Streitkräfte auf die Dail-Breda-Stellung vorrückten. An der deutsch-französischen Grenze war die Situation zwar nicht ruhig, aber es fanden wesentlich weniger Kampfhandlungen statt. In Belgien fanden heftige Kämpfe statt, die von der deutschen Heeresgruppe B geführt wurden. Sie diente primär als Lockvogel, damit die Heeresgruppe A durch die Ardennen vorstoßen und die Alliiertenverbände einkesseln konnte, suchte jedoch trotzdem aggressiv die Konfrontation mit den Alliierten. Schon nach vier Tagen wurde die Dail-Breda-Stellung erreicht. Die Alliierten hatten damit gerechnet, dass die Deutschen zwei bis drei Wochen dafür benötigen würden. Am 16. Mai wurde die Dail-Breda-Stellung durchbrochen, am 17. Mai wurde Brüssel kampflos besetzt. Die belgische Armee wurde bei Brügge eingekesselt und kapitulierte am 28. Mai um 4 Uhr morgens. König Leopold III. unterschrieb die Kapitulation und ging gemeinsam mit 200.000 seiner Soldaten in die Kriegsgefangenschaft. Rund 22.000 Belgier wurden getötet oder verwundet. Der Marsch durch die Ardennen, geführt von General Guderian, wurde von drei Panzerdivisionen und einer Infanteriedivision angeführt. Das Ziel war es, innerhalb von drei Tagen die Mars zu erreichen. Dafür mussten 170 Kilometer auf engen Berg- und Talstraßen überwunden werden. Chaos führte teilweise zu Staukolonnen, die sich zu Spitzenzeiten über 250 Kilometer erstreckten. Trotzdem erreichten die Spitzen dieser Kolonnen die Mars bei Sedan bereits nach zwei Tagen, einen Tag früher als geplant. Belgischen Truppen gelang es, die meisten Brücken zu sprengen. Eine Koordinierung mit den Franzosen fand jedoch nicht statt, da es für diesen Frontabschnitt keine Pläne gab. Alliierter Widerstand wurde durch den Einsatz von Panzern und Stukas gebrochen. Am 13. Mai begann die Offensive bei Sedan über die Mars. Die Luftwaffe führte hierbei heftige Vorbereitungsangriffe durch, insgesamt fast 4000 Angriffe und alleine 750 davon in den letzten 90 Minuten vor der Bodenoffensive. Sturmpioniere konnten danach über die Mars übersetzen und Brückenköpfe errichten. Die Pioniere trafen teilweise auf heftigen Widerstand. Trotzdem wurden Pontonbrücken errichtet. Die Brückenköpfe waren ab dem 14. Mai über diese Brücken erreichbar und die deutschen Panzerverbände rollten vor. Innerhalb eines Tages konnten 60.000 Mann, 22.000 Fahrzeuge und 850 Panzer dem Mars überschreiten. Die Kommandeure dieser Einheiten sollten im weiteren Verlauf des Krieges noch bekannter werden. Guderian, Hoth und Rommel. Da die Franzosen fest davon überzeugt waren, dass die Ardennen für Panzer unpassierbar waren, waren sie überhaupt nicht auf diesen Vorstoß vorbereitet. Nur geringe Kräfte verteidigten diesen Abschnitt und diese waren zudem bestenfalls zweitklassig, da es sich nicht um Berufssoldaten, sondern um einberufene Reservisten handelte. Außerdem ging man im französischen Oberkommando zunächst davon aus, dass dieser Angriff bei Sedan nicht wirklich ernst zu nehmen wäre. Chaos vor Ort sorgte jedoch für den Ausbruch einer Massenpanik und den chaotischen, fluchtartigen Rückzug von mindestens zwei französischen Divisionen. Ein erster französischer Gegenschlag zur Beseitigung der Brückenköpfe scheiterte danach. Die Franzosen führten nun ein ganzes Korps von sechs Divisionen heran, um die Maßübergänge der Deutschen zu zerschlagen. Doch der französische Befehlshaber war so erschüttert von den Berichten des ersten gescheiterten Versuches, dass er seine Einheit auf 20 Kilometer Breite auseinanderzog und defensiv aufstellte. Dabei standen seinen sechs Divisionen mit 300 Panzern nur wenige Infanterieverbände und 30 Panzer 4 gegenüber. Trotz wiederholter Befehle zum Angriff fanden nur unkoordinierte Einzelaktionen statt, die die Deutschen in den Griff bekamen. Diese Situation kann man beispielhaft für die starre Defensivmentalität der Franzosen herausgreifen, die mit der hohen Beweglichkeit der Deutschen nicht zurechtkamen. Die Schwäche der Deutschen vor Ort resultierte nämlich aus der Tatsache, dass Guderians Korps entgegen der Befehle des Oberkommandos bereits weiter vorgerückt war und tiefer in Feindesland vorstieß. Ministerpräsident Renault war geschockt von den deutschen Erfolgen und betrachtete die Situation am 15. Mai bereits als hoffnungslos. Am 16. Mai besuchte Churchill die französischen Verbündeten und war entsetzt, als er hörte, dass es keine strategische Reserve zum Stopfen des deutschen Durchbruchs gab und Gegenangriffe sinnlos waren. Die Panzertruppen stießen weiter vor, teilweise entgegen den Befehlen des Oberkommandos und konnten alliierte Verbände an mehreren Orten entscheidend schlagen. In der Wehrmachtsführung, vor allem bei Hitler, machte sich jedoch zunehmende Nervosität und Furcht vor Flankenangriffen breit, da die nahezu isoliert operierenden Panzerverbände als bedroht angesehen wurden. Hitler warf seinen Panzerkommandeuren vor, die Anfangserfolge der Operation mit ihrem hohen Tempo und hohem Risiko zu verderben. Es kam zu einem Haltebefehl am 17. Mai, der aber nach rund 36 Stunden wieder aufgehoben wurde. Am 20. Mai erreichten die deutschen Verbände schließlich die Kanalküste und damit waren die alliierten Verbände in Belgien eingekesselt. Ein Gegenangriff der britischen Truppen bei Arras konnte mit Mühe abgewehrt werden. Am 24. Mai standen die Deutschen rund 15 Kilometer vor Dünenkirchen, während die Masse der Alliierten rund 100 Kilometer entfernt davon standen. Es erfolgte nun der berühmt-berüchtigte Haltebefehl von Dünenkirchen. Die Alliierten hatten den raschen Vorstößen der Deutschen kaum etwas entgegenzusetzen. Das hohe Tempo sorgte immer wieder dafür, dass deutsche Verbände überraschend irgendwo auftauchten, Alliierte Verbände zerschlugen und wieder verschwanden. Zurück blieben versprengte Alliierte Verbände, die sich aufgrund der unzureichenden Kommunikationsmittel nicht koordinieren konnten und zu keinen organisierten Aktionen mehr in der Lage waren. Befehle aus dem französischen Oberkommando waren oft veraltet und aufgrund einer neuen Situation vor Ort nicht mehr durchführbar. Gelang einmal ein lokaler Erfolg, wurde er durch die deutsche Luftwaffe oder den Einsatz von schweren 8,8 cm Panzerabwehrwaffen zunichte gemacht. Der Haltebefehl von Dünenkirchen, der von Hitler und General Rundstedt gegeben wurde, gab den Alliierten eine kurze Atempause. Die drei Tage, in denen der Haltebefehl galt, wurden für den Rückzug auf Dünenkirchen und den Aufbau einer lokalen Verteidigungslinie genutzt. Als der Haltebefehl am 27. Mai aufgehoben wurde, trafen die Deutschen daher auf vorbereitete Verteidigungsstellungen. Die Alliierten evakuierten in einer beispiellosen Rettungsaktion bis zum 4. Juni 338.000 Mann, davon 193.000 Briten, mit einem Mix aus militärischen und zivilen Schiffen. Die Luftwaffe konnte die Evakuierung nicht unterbinden. Die Briten konnten somit den Kern ihres Heeres von Berufssoldaten retten und um sie herum eine neue Armee aufbauen. Warum nun hatte Hitler diesen Befehl gegeben? Der Befehl war vermutlich gegeben worden, weil Hitler und Rundstedt die Risiken des schnellen Vorstoßes zu groß wurden und sie erst konsolidieren und stabilisieren wollten, speziell nach dem britischen Gegenangriff bei Arras. Wichtig zu wissen ist, dass Hitler diesen Befehl nicht entgegen den Empfehlungen aller seiner Generäle gab, sondern dass es durchaus Unterstützung für diesen Haltebefehl gab, General Rundstedt. Rundstedt behauptete nach dem Krieg, dass durch diese Maßnahme die Briten geschont und zum Friedensschluss bewegt werden sollten, doch dies wird heutzutage als nachträgliche Schutzbehauptung betrachtet. Möglicherweise glaubte Hitler Göring, als dieser behauptete, er könne die Alliierten in Dünenkirchen mit seiner Luftwaffe besiegen, was die Schonung der für die Zukunft noch wichtigen Panzerverbände erlaubte. Schließlich war mit der Einnahme Dünenkirchens der Krieg in Frankreichs längst noch nicht beendet. Warum auch immer der Befehl gegeben wurde, er erlaubte den Briten diesen Rückzug. Trotzdem sollte man bei allem Respekt für die Leistung der Briten und der beteiligten Seeleute eins nicht vergessen. Dies war kein alliierter Sieg, sondern ein geglückter Rückzug. Im nächsten Video wird es um die zweite Phase des Krieges, Fallrot und das besetzte Frankreich gehen. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020